Wir gehen da rein, Tal. Mach dich bereit. Mann, wie schnell das vor die Runde ging. Ey. Kohn, Draht, Karmann. Ob es Ihnen gut geht? Hoffentlich. Los zu Kate und Ed. Dann können wir uns um die anderen zaubern. Oh, scheiße. Nicht alle. Hier lang. Ganz so. Was zur Hölle ist das? Zeit! Ich le fahre! Oh mein Gott. Oh. 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 Ich bin jetzt von der anderen Seite! Das ist der letzte. Okay, gehen wir. Diese Dinger machen mir Angst. Los, hier noch. Du bist schmiss, miss. Er ist so schnell. Was zum Lenker ist das? Wenn du das machst, knall sie ab. Das ist Egel, Mann. Achtung, sie ist wieder da. Tu ein Messier ab. All кажется, da ist ziemlich gut. Oh, gut. Oh. Oh! James, James, hörst du mich? Verstanden, Dad. Laut und deutlich. Aufgepasst. Die Schar besteht aus Egeln. Ja, wissen wir. Sie stören irgendwie unseren Funk. Aber Bert lässt einen Druck die Funktürme säubern. Wir sind am Theater. Seid ihr in der Nähe? Die Straße runter. Wir sind unterwegs. Del, es geht los. Jetzt, Zentrale, hörst du dir ab? Wir wissen wohl noch nichts über die Schar. Danke, Zentrale. Scheiße, helfen wir, ihnen die Straße zu säubern. Sergeant, wir wehren Sie zusammen. Vielen Dank, Sir. Die ist los. Säubert die Straße. Beschädigt, Lieutenant. Die sind die Schar. Die sind die Schar. Die sind die Schar. Die sind die Schar. Fein aus. Der kommt's weiter. Die Schar. Los, Leute, weiter so. Wir schaffen das. Jetzt! Schmerzen Sie ab, bevor Sie die Furze umdrehen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020